Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, das ist meine aktuelle CD, offen für alles und nicht ganz dicht. Es handelt sich um ein einmaliges Exemplar. Also es gibt es mehrfach, aber es ist trotzdem einmalig, denn es ist eine Doppel-CD. Auf der einen CD ist die Lesung meines Buchs, offen für alles und nicht ganz dicht. Und da kann man also das hören, was ich vorlese, gleichzeitig das Buch lesen und dann drin ein bisschen anstreichen und danach dann selber weiterlehnen, wenn man gehört hat, wie es zu betonen ist. Auf der anderen CD ist die Show drauf. Das Live-Programm, offen für alles und nicht ganz dicht. Da sind alle Gedanken drin, die mir erst kamen, als das Buch schon abgegeben war. Und das ist das Schöne an der CD, da kann man auch Sachen noch drauf tun, die erst später einem in den Kopf geschossen sind. Es geht um die Frage, können wir uns noch entscheiden? Ich selber konnte es nicht, deshalb habe ich Doppel-CD, Lesung und Show gemacht. Und das Wundervollste an dieser CD, das ist ein Nummer, und das sage ich nicht ohne Stolz, in unserer transparenten Zeit. Diese CD ist transparent. Es ist die erste durchsichtige CD. Man kann durch die CD durchgucken und sich gleichzeitig selbst drin angucken. Das ist Satire, meine Damen und Herren, auf allerhöchstem Niveau. Ich kann nur sagen, wenn Sie diese CD nicht zu Hause im Schrank haben oder downloaden, Sie kleiner, verrückter Internet-Junkie, dann haben Sie echt was verpasst. Amen.